Lasst uns einen Moment stehen bleiben. Ich möchte uns zusammen die Ostergeschichte vorlesen, die wir im Stehen hören möchten. Matthäus 28. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Von einem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt den Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Vielen Dank, ihr Lieben, ihr dürft euch setzen. Die Juden feierten kein Ostern, das kannten sie überhaupt nicht. Sie feierten, so wie steht hier, Sabbat. Allerdings feierten sie einen besonderen Sabbat. Nämlich einmal im Jahr feiern die Juden einen Sabbat, an dem sie genau daran gedenken, wie Gott sie aus Ägypten herausgezogen hat. Herausziehen, Pessach. Sie feiern das Passafest, an dem sie gedenken, dass es für Gott nicht einfach war, sein Volk aus der Knechtschaft herauszuziehen. Es bedurfte zehn Plagen, eine schlimmerer als die andere. Und erst die zehnte Plage führte dazu, dass das Volk Israel aus der Knechtschaft gehen konnte. Die zehnte Plage führte dazu, dass jede Erstgeburt in Ägypten starb. Jede. Auch die von den Israeliten wären gestorben. Hätten sie nicht das Blut des Passalammes an ihren Türschwellen gehabt, als Zeichen dafür, als Zeichen, dass sie unter dem Schutz, unter dem Blut des Passalammes stehen. Und so gedenken sie daran, an diesem Passafest, wie Gott sie aus der Knechtschaft herauszieht. Und genau dort tritt Jesus auf, er zieht in Jerusalem ein und er stirbt an Passa, wie ein Lamm. Zur Erlösung, zur Errettung und zur Befreiung seines Volkes von der Knechtschaft. Und wenn das dort damals keiner verstanden hat, so jubiliert heute an diesem Tag Millionen, nein Milliarden von Menschen und freuen sich, dass diese Auferstehung auch noch heute Gültigkeit hat. Denn sonst wäre das Christentum eine große Narrerei, ein Totenkult. Doch der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi ist das, was uns lebendig macht. Und sie ist diese Auferstehung auch kein Zufall im Alten Testament, weder im Alten noch im Neuen. Es zieht sich komplett wie ein roter Faden durch die Heilsgeschichte hin. Durch in verschiedensten Prophezeiungen, dass der Messias auftritt, dass er verraten wird, dass sein Mantel nicht zerrissen wird und dass seine Knochen nicht gebrochen wird, nur um sie auszugsweise zu nennen, weist das Alte Testament darauf hin, es wird die Zeit kommen, wo das Volk Gottes Befreiung erfährt. Drei Nächte und drei Tage, Freitag, Sabbat und Sonntag, war Jesus im Tod. Und genauso wie Jona im Bauch des Wals. Und da gibt es so schöne gemalte Fresken, wie Jona im Bauch war, so war Jesus im Tode. Ich habe das selber mal gesehen in den Katakomben von Rom. Die Katakomben sind ja nichts anderes als unterirdische Friedhöfe. Rom, schon damals eine große Stadt, Platz für Friedhof war knapp, also verlegte man den Friedhof unter die Erde. Ein relativ gruseliges Bild. Und doch dienten diese Katakomben den ersten Christen für Gottesdienste und wenn es ganz schlimm um sie stand, als Verstecke. Und so sieht man in diesen Katakomben noch heute die Bilder der ersten Christen, wie sie an dieser Auferstehungshoffnung festhielten. Obwohl ihr Leben alles andere als komfortabel war. Sie wären viel glücklicher gewesen, hätten sie eine andere Religion gewählt. Doch ihre Stärke kam aus dieser Hoffnung. So wie Jona drei Tage im Bauch, so wie Jesus drei Tage im Tod nicht festgehalten werden konnte. So gilt auch heute noch, dass seine Auferstehung unsere Auferstehung ist. Seine Kraft ist unsere Kraft. Doch bevor wir Ostersonntag feiern dürfen, müssen wir Freitag feiern, müssen wir Karfreitag feiern. Ein Tag, der genau das Gegenteil ist. Erdbeben, Sonnenfinsternis, von der sechsten bis zur neunten Stunde, also von zwölf bis fünfzehn Uhr. Also, der Vorhang zerbricht. Ich lese es aus Matthäus 27, 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Der Tempelvorhang, dick, so dick, ein Vorhang, so dick, dass man ihn mit dem Schwert nicht teilen kann. Er riss nicht von unten nach oben, sondern er riss von oben nach unten. Als Zeichen dafür, dass Gott, der oben im Himmel ist, er reißt den Vorhang durch. Und damit den alten Bund. Der alte Bund ist zerrissen, er ist zerbrochen, er ist vorbei. Und der neue Bund? Jesus, er war zu dem Zeitpunkt tot. Durch Folter und Kreuz, gestorben am Kreuz. Und keiner wusste, wird Gott sein Opfer anerkennen? Ja, Erdbeben und alles Mögliche war, doch dann war erst mal wieder Ruhe. Doch ein Scharlatan gewesen, doch ein Lügner, ein großer Verführer. Und es gibt so dieses komische Gefühl, auch in den Herzen der Jünger, hat doch Spott und Triumph des Bösen gesiegt? Hat seine Kraft doch nicht gereicht? Konnte er doch nicht? War es ihm doch nicht möglich? War er doch nur ein Gefangener seiner eigenen Ideologie? So wie es auch, wie er es selber am Kreuze gesagt hat vielleicht. Matthäus 27, 46 hat es doch Jesus selber gesagt. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama, sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fühlen wir uns nicht auch manchmal so, wie von Gott verlassen? Ja, wir sind Christen, wir sind gläubig seit Jahren, Jahrzehnten. Und doch kommen wir in Situationen, wo wir denken, ich fühle mich so allein. Ich fühle mich so tot, so wenig lebendig. Ich fühle mich so einsam. Ja, ich fühle mich so verlassen von Gott. Wisst ihr, an die Auferstehung zu glauben, an die Auferstehung Jesu zu glauben, ist keine große Kunst. Solange du nicht auch glaubst, dass Jesu Auferstehungskraft in deinem Leben heute Wirksamkeit haben kann. Es gibt Menschen, die glauben, dass die Mondlandung der Amerikaner, die war unecht und die Fahne. Und dann gibt es Leute, die glauben, die Erde ist nicht rund, sondern eckig. Und es gibt Leute, die glauben noch, Hitler lebt in der Antarktik. Aber das sind alles so, dass es ein Glauben, der im Prinzip egal ist, weil er für den Alltag keinerlei Bedeutung hat. Ob die Amerikaner oder die Russen auch zuerst aus dem Mond waren oder ob Hitler noch lebt, das spielt keine Rolle für deinen Alltag. Es ist also im Prinzip ein folgenloses Bekenntnis. Und so gibt es heutzutage folgenlose Bekenntnisse, wie Menschen, Christen bekennen, ja, Jesus ist auferstanden. Aber die Kraft der Auferstehung in ihrem eigenen Leben verleugnen. Und das ist so wichtig. Denn wir sind und bleiben Narren, wenn wir denken, dort am Kreuz ist Torheit passiert. Wenn wir der Bibel hier nicht Glauben schenken, sind und bleiben wir Narren. Und so kommt es, der Sabbat vergeht, der nächste Tag vergeht und irgendwie passiert nichts. Doch dann, auf einmal, die große Wende, mit der vielleicht die Jünger überhaupt nicht gerechnet haben, geängstigt, verängstigt und irgendeine Ecke verkrochen. Da war nichts von Glaubenskraft zu spüren bei den Jüngern. Da war kein Vertrauen. Obwohl sie so lange mit Jesus unterwegs waren, war ihr Glaube am Boden, am Ende. Doch dann das Irrationale, dann das Bizarre, das, was den Verstand komplett übersteigt. Eine 180-Grad-Wendung, wo Maria und Maria zum Grab gehen, um einen toten Jesus zu besuchen. Dort auf einmal passiert das, was wir in Matthäus 28, 5 lesen. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass hier Jesus den Gekreuzigten sucht, doch er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und damit das, was er alles gepredigt hat, das hat er damit ratifiziert, das hat er damit in Erfüllung gebracht. Dem hat er Vollmacht geschenkt. Das, wovon er immer geredet hat, dass Gott einen neuen Bund machen möchte, eine neue Beziehung eingehen möchte mit den Menschen. Das tritt jetzt in Erscheinung. Es wird reell und lebendig. Dort, wo Gott bis jetzt unabar war, fremd war, den man besänftigen musste mit Opfern, tritt eine ganz neue Beziehung zwischen Mensch und Gott in Erscheinung. Ein neuer Bund, geschlossen durch Jesu Christi Tod und Auferstehung. Er lebt zum Trotz, zum Trotz von Tod am Kreuz, zum Trotz von einem Riesenstein, der ihn im Grab halten wollte und trotz der Soldaten, die ihn dort bewacht haben, dass er schön dort bleibt, wo er ist. Zum Trotz all dessen ist Jesus auferstanden. Doch dein Leben, dein Glauben, da kann er nichts. Da kann er nichts machen, oder? Der Stein, der deinen Glauben beerdigt hat, die Soldaten, die vor deinem Glauben stehen und ihn tot und am Boden halten, die können nicht weg, oder? Solange der Glaube an die Auferstehung in unserem Leben ein folgenloses Bekenntnis ist, werden wir die Kraft Gottes in unserem Leben nicht spüren. Und ich weiß, das ist so leicht gesagt, glaubt an Jesu Auferstehung. Das ist so leicht gesagt. Doch Thomas, siehst du nicht mein Glauben, meine Probleme? Siehst du nicht, wie ich am Boden bin? Und jetzt kommst du und redest so schöne Worte an Ostersonntag. Weißt du nicht, wie es in mir aussieht? Doch, weiß ich. Es sieht in dir genauso aus wie in mir. Wenn wir so oft am Boden liegen in unserem Glauben und auch nicht weiterkommen. Wo wir dachten, davon lasse ich mich jetzt umhauen. Jetzt ist das gekommen und davon und schon bin ich schwankend. Und auch dann will ich an Jesus festhalten. Und auch dann soll Ostern mir Hilfe sein. Nämlich genau dann, wenn mein Glaube, dein Glaube so tief am Boden liegt, so tot ist, wie Jesus im Grab war, dann erinnere ich mich an Jesus. Was hat er getan, als er am Boden war? Kurz vor seiner Kreuzigung, wo ihm das Maß dessen bewusst wurde, was er zu tragen hat. Er geht in den Garten Gethsemane und betet, so wie er es nie getan hat. Er betet, voller Inbrunst, voller Leidenschaft, voller Leiden. Betet er, nicht eine Minute, nicht zehn. Er betet und sucht Gott um Stärkung. Und so wie es da steht, ein Engel kam und tröstet ihn. Und wenn es dir im Glauben schlecht geht, dann gehe du mit Jesus nach Gethsemane. Wenn dein Glaube oft am Boden liegt und tot ist, dann gehe mit Jesus nach Gethsemane. Nicht, um dich an den Baum zu legen und zu schlafen, siehst du deine drei Jünger. Nein, geh du mit ihm, kämpfe du mit ihm, leide du mit ihm und erfahre Trost im Glauben. Und selbst dann, wenn du da schon warst und sagst, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Dann mache es wie Maria und Maria. Wen haben sie besucht an Ostersonntag? Jesus, den Auferstandenen? Nein, für sie war alles klar. Jesus war tot. Rabbi war tot. Er war tot. Und trotzdem kamen sie zu Jesus, um einen toten Jesus zu besuchen. Doch brannte ihr Herz, brannte ihre Liebe. Und auch wenn sie in ihrem Glauben es nicht verstanden haben, dass Jesus schon auferstanden war, brannte ihre Liebe für Jesus. Und sie haben sich gesagt, wir gehen Jesus besuchen. Und wenn du in deinem Glauben so tief am Boden liegst, dann sage ich dir, komme zu Jesus, selbst wenn du glaubst, dass er tot ist. Selbst wenn du vermeintlich glaubst, da passiert überhaupt nichts mehr. Komme zu einem toten Jesus. Und so wie Maria und Magdalena und die andere Maria, sie waren die Ersten. Sie waren die Ersten, die den vermeintlichen Jesus, die den vermeintlichen Jesus, ja, die Nachricht erfangen haben. Er ist auferstanden. Gehe mit Jesus nach Gethsemane und wenn es sein muss, gehe zu Jesu Grab. Und dann, und dann wirst du erleben, dass Jesus auferstanden ist und diese Auferstehung auch in deinem Leben Realität werden kann. Bei deinen Problemen, bei dem, was dich im Leben umhaut, kann die Auferstehungskraft Jesu auch dein Leben verändern. Nicht, dass alles gut wird und wir alle reich und schön und jung bleiben. Nein, nein, nein. Es gibt diese Geschwister, es gibt sie, wo man sieht, da kommt ein Schlag nach dem nächsten. Links, rechts und wieder haben sie einen Schlag gekriegt. Und man denkt für sich selber, ich könnte das nicht. Und diese Geschwister, sie gehen so hoffnungsvoll. Was ist ihre Quelle? Die Quelle ist die unerschütterliche Hoffnung, dass trotz allem, was im Leben passiert, Jesu Auferstehungskraft wirkt. Und ich sage dir, auch wenn in deinem Leben oft Karfreitag ist und du das Gefühl hast, es ist nur Karfreitag in deinem Leben. Du liegst am Boden, Jesus ist tot, alles ist vorbei, was haben wir gemacht die letzten Jahre, genauso wie die Jünger. So wisse, nach Freitag kommt Sonntag. Ja, du musst noch über Samstag. Da ist noch eine kleine Zeit, die du aushalten musst. Doch dann wird Sonntag. Es bleibt in deinem Leben nicht immer Freitag. Irgendwann wird auch Sonntag. Glaube an Jesu Auferstehung. Glaube daran, dass er in deinem Leben genau diese Auferstehungskraft hat. Und so wird aus Klageweibern, Maria und Maria, so wird aus diesen Klageweibern Boten der Freude und der Furchtlosigkeit. Denn das war das Erste, was der Engel gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Genauso wie in der Weihnachtsbotschaft. Fürchtet euch nicht. Dein Leben soll nicht aufgebaut sein auf Furcht. Fürchte dich nicht. Er ist auferstanden. Auch in deinem Leben kannst du diese Auferstehungskraft spüren. Er lebt bedeutet, du sollst auch leben. Er lebt, also sollst auch du leben. Gott segne uns. Wir gehen ins Gebet und knien. Amen.